Hallo ihr Lieben! Ja, im heutigen Video geht es jetzt weiter mit dem Adventskalender. Ich habe euch ja schon im letzten Video gezeigt, wie ihr euch solche kleinen Häuschen oder beziehungsweise Milchtütenboxen basteln könnt. Und heute soll es jetzt weitergehen in dem Sinne, nämlich möchte ich aus den Häuschenboxen mir einen schönen Adventskalender basteln. Und ich habe jetzt erstmal angefangen und mir aus verschiedenen Papieren mir diese Boxenrohlinge sozusagen ausgeschnitten. Ich habe das Ganze auch schon mal vorgefalzt. Ich habe, wie ihr seht, hier auch schon mal doppelseitiges Klebeband angebracht, sodass ich eigentlich direkt jetzt loslegen kann. Ich habe mir gedacht, in unterschiedlichen Farben sieht es vielleicht auch ganz nett aus. Man kann das jetzt natürlich auch unifarben machen. Ich habe jetzt mich hier für sechs Häuser im Kraft-Cardstock entschieden, acht Häuser im schwarzen Cardstock und dann der Rest vom Adventskalender wird dann mit weißen Häuschen abgedeckt. Wie gesagt, das Tutorial zu den Boxen konkret, wo auch die ganzen Files-Linien liegen und auch die Vorlage, die ihr euch dann selber ausdrucken, ausplotten oder auch von Hand ausschneiden könnt, findet ihr alles im letzten Video. Das werde ich euch natürlich auch nochmal hier oben in der Infocard und unten in der Infobox verlinken. Jetzt lege ich aber erstmal los und gestalte mir hier diese Häuserfronten. Und zwar möchte ich diese Häuserfronten jetzt auch wieder bedudeln, bekritzeln sozusagen, sodass das dann so ein bisschen an diesen Lebkuchenhaus-Stil erinnert. Und die Vision dahinter ist quasi, dass wir am Ende so eine schöne kleine Adventskalender statt haben. Natürlich braucht auch jeder Adventskalender Zahlen und ich habe mir jetzt hier schon mal aus dem Ephemera-Pack von der Weihnachtstrubel-Kollektion, da gibt es einen Ephemera-Pack mit Zahlen und da habe ich mir jetzt diese großen Zahlen schon mal rausgefummelt, rausgesucht. 1 bis 24 und die möchte ich gerne nämlich dann noch kombinieren und auf die Häuschen draufkleben. Da gibt es jetzt natürlich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Arten und Weisen, wo man die Zahlen platzieren kann. Man kann die Zahlen jetzt zum Beispiel auch nur an den Klammern oben platzieren. Man kann die Zahlen so aussehen lassen wie Hausnummern. Man kann sie am Rand, also an der Seite, an der Front anbringen. Also da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich große Zahlen, kleine Zahlen. Man kann sie auch auf dem Dach anbringen. Ich habe mich jetzt hier für die Front entschieden, sodass man direkt sehen kann, welche Front oder welches Haus zu welcher Nummer gehört. Und die Zahl habe ich mir dann auch direkt schon mal draufgeklebt, bevor ich mit dem Doodling losgelegt habe. Einfach damit das dann vom Doodling her auch passt und sich dann nicht einfach gegenseitig dann in die Quere kommt. Zum Doodlen nehme ich jetzt hier die beiden Uniposka Stifte, einmal in weiß und einmal in schwarz. Ich finde die einfach richtig, richtig cool. Die decken schön, also insbesondere der weiße Stift natürlich. Sieht dann auch sehr edel aus und mit dem weißen Stift werde ich dann auf dem Kraft-Kartstock und auf dem schwarzen Kartstock malen. Und die weißen Häuschen, die werde ich dann hier mit dem schwarzen Uniposka Stift bedudeln. Und jetzt geht's ans Bekritzeln der einzelnen Häuser. Das ist jetzt wirklich ein bisschen, ich sag mal, eine Fleißarbeit, aber die auch unglaublich viel Spaß machen kann. Also ich würde euch da wirklich raten, nehmt euch die Zeit und die Ruhe, die ihr braucht. Ich habe es jetzt relativ schnell durchgezogen. Ich habe einen Tag dafür gebraucht, wo ich wirklich mehr oder weniger von morgens bis abends gemalt habe. Und dann hatte ich aber auch alle 24 Kästchen oder Böckchen fertig bemalt, bedudelt. Lasst euch aber gerne auch ein bisschen mehr Zeit. Vor allem kam mir der Gedanke, dass es ein unglaublich cooles Projekt wäre, was man jetzt auch prima im Dezember als Dezember Daily starten kann. Das heißt, ihr bereitet schon mal jetzt im November alles vor. Und ab dem 1. Dezember nehmt ihr euch dann einfach eine Box pro Tag Zeit und bekritzt ihr die einfach. Das geht dann auch relativ schnell. Also vielleicht jetzt nicht gerade 5 Minuten, aber so 10, 15 Minuten. Ich denke, das ist schon eine ganz gute Zeitspanne, wo man so eine Box bedudeln kann oder je nachdem, wie aufwendig oder simpel ihr das Ganze gestaltet. Also eine ziemlich coole Idee, indem ihr einfach das als kleines Dezember Daily Projekt startet und genau an Weihnachten seid ihr dann fertig. Und den Adventskalender an sich könnt ihr ja dann noch zu Ende basteln. Also das Ganze drumherum, was ich jetzt euch auch gleich in dem Video zeige und habe dann direkt für nächstes Jahr einen schönen Adventskalender selbst gebastelt, ohne dass ihr jetzt den Stress habt, noch vor Weihnachten alles fertig machen zu müssen. Ja, die Idee kam mir nur einfach so als kleine Inspiration vielleicht für euch. Wenn ihr jetzt sagt, das ist jetzt ein viel zu großes Projekt, das schaffe ich alles nicht. Vielleicht ist das ja eine ganz coole Idee, als Dezember Daily das Ganze dazwischen zu schieben. Ich hatte ja auch schon mal so eine Aktion gemacht, wo ich einfach jeden Tag im Dezember was Kleines gestaltet habe, so eine kleine Mixed Media Karte. Also ich persönlich finde, es ist eine ganz coole Idee, wenn man sich da einfach so jeden Tag mal zehn Minuten Zeit nimmt und einfach ein ganz kleines bisschen kreativ ist. Ja, aber ansonsten, wie ihr seht, das Ganze habe ich jetzt einfach bedudelt in verschiedenen, ja mit so verschiedenen Schnorkeln, mit verschiedenen Elementen. Ich hatte das ja euch auch schon im letzten Video gezeigt. Da habe ich euch ja so Doodle-Inspirationen in die PDF-Anleitung gepackt. Die Doodle-Inspirationen habe ich jetzt in die PDF-Anleitung nochmal reingepackt. Ich habe es allerdings ein bisschen erweitert. So im Nachhinein habe ich nämlich doch gemerkt, so ein paar Elemente, die waren jetzt nicht in den Doodle-Inspirationen drin, die habe ich aber doch relativ häufig bei den Häuschen benutzt. Und um die Elemente habe ich das Ganze dann nochmal ein bisschen erweitert. Zum Beispiel die Bäume, die ich hier benutzt habe, finde ich ganz schön, als kleinen Akzent, als kleine Idee. Und ja, da könnt ihr euch, wie gesagt, einfach gerne austoben. Und ihr habt auch wieder in der PDF-Anleitung diese Probe-Doodles drin, falls ihr das Ganze einfach mal vorher ausprobieren möchtet, vielleicht um ein bisschen auch in den Flow reinzukommen. Ich würde euch aber wirklich empfehlen, auch nicht zu viel voraus zu planen. Es ist ja eigentlich gerade das Schöne daran, einfach ein bisschen spontan zu sein. Und das habe auch ich gemacht. Ich habe zwar ein paar Probe-Doodles gemacht, um einfach mal ein bisschen zu experimentieren, zu gucken, wie ist so mein Stil? Was gefällt mir so? Was gefällt mir nicht so? Aber danach habe ich dann einfach frei drauf losgedoodelt. Und bei mir sind auch hier und da die Linien ein bisschen krumm. Gerade bei den Fenstern, gerade bei den runden Fenstern, hatte ich so ein bisschen Probleme. Aber macht euch da einfach nicht zu viele Gedanken. Das ist völlig okay, wenn es hier und da mal ein bisschen krummer ist oder beziehungsweise die Linie mal ein bisschen dicker, weil ihr da versucht, noch was auszugleichen. Das ist völlig in Ordnung und das trägt ja einfach zu dem Charme und zu dem Look von dem Adventskalender dann noch mit bei. Seid da einfach nicht zu streng mit euch selbst. Es geht ja bei dem Adventskalender genau darum, sich einfach mal kreativfrei auszutoben. Und so perfekt soll es ja auch gar nicht sein. Wir sind keine Maschinen, weil ansonsten könnten wir uns ja auch einfach einen fertigen Adventskalender kaufen, statt uns selbst einen zu basteln. Oder auch noch ganz schöne Idee ist, wenn ihr euch einfach Hilfe holt und einfach zusammen an einem Adventskalender bastelt und da einfach so vielleicht als gemeinsames Familienprojekt einfach gemeinsam an den Boxen bedudelt, dudelt und dann ist das quasi auch nochmal schön, weil dann jeder so seine eigenen Boxen hat, die er dann dort finden kann, die er bemalt hat. Also so finde ich, ist das auch nochmal eine ganz coole Idee. Ja und ansonsten, das hier sind jetzt meine 24 Boxen, so wie sie fertig aussehen. Ich werde sie euch auch im Einzelnen dann nochmal einblenden, dass ihr euch das mal so angucken könnt im Schnelldurchlauf. Ihr könnt natürlich auch gerne die Boxen eins zu eins abmalen, falls euch irgendeine Box besonders gut gefällt. Aber wie gesagt, ich würde euch einfach ermutigen, einfach mal drauf loszukritzeln und das gar nicht jetzt so als exakte Anleitung zu betrachten, sondern nur so als kleine Inspiration, als kleiner kreativer Schub, was man denn da so machen könnte. Ja und so sehen die Boxen dann schließlich aus, wenn sie alle fertig sind. Und das an sich ist jetzt noch kein fertiger Adventskalender, das sind jetzt erstmal nur bekritzelte Boxen. Da gibt es jetzt natürlich auch viele verschiedene Wege, wie man das Ganze zu einem Adventskalender zusammenfügen kann. Was ich mir auch besonders schön vorstelle, ist, wenn man das Ganze aufhängt. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel ein oder zwei Äste nimmt und dann entsprechend hier Löcher zum Beispiel reinstanzt und diese Boxen dann an einen Ast hängt. Stelle ich mir auch sehr schön vor. Ich möchte aber eine kleine Stadt aus diesen Häuschen machen. Deswegen habe ich sie auch im Häuschenstil, diese Milchtüten oder Milchboxen, mir erstellt, mir bedudelt. Und ich habe mir gedacht, ich mache so eine Art zweistöckige Stadt draus oder beziehungsweise, ich sage jetzt mal, so eine Stadt auf einem Hügel, wenn man das jetzt so ein bisschen bildlich betrachten will. Und zwar bastle ich mir dafür zwei Tortenringe sozusagen. Also das heißt einmal einen großen Kreis, das ist die untere Ebene und dann nochmal einen inneren Kreis, wo das Ganze ein bisschen erhaben ist. Also die letzten Häuser stehen dann quasi auf dieser erhabenen Fläche. Sieht ein bisschen, also die Basis sieht ein bisschen aus wie eine Torte, deswegen nenne ich das jetzt so. Aber ja, auf jeden Fall soll es eine mehrschichtige, ja oder wie sagt man das, eine Stadt auf zwei Ebenen werden. Und wie das Ganze jetzt zusammenkommt, das zeige ich euch jetzt. Und dazu brauchen wir jetzt diese zwei Kreise, die ich mir jeweils jetzt einmal aus dickerem, aus dickerer Graupappe ausschneide. Da müsst ihr jetzt einfach mal gucken, was ihr zu Hause da habt. Man kann sehr gut Kartons wiederverwenden, recyceln. Also wenn ihr zum Beispiel gerade was bestellt habt, ja oft gerade zur Weihnachtszeit hat man ja dann doch überschüssiges Verpackungsmaterial, sage ich einfach mal. Und da kann man sehr gut gucken, ob man da nicht ein bisschen was wiederverwerten kann, weil im Müll landet sowieso. Und dann kann man es ja auch, wenn man es gebrauchen kann, dann auch direkt verbasteln. Für die zwei Kreise, die sind jetzt ja relativ groß und ihr könnt jetzt natürlich, wenn ihr es habt, einen Zirkel nehmen und euch das ausmessen. Wenn ihr das Ganze jetzt nicht habt, also bei dem kleinen Kreis geht das vielleicht noch, bei dem großen Kreis, der hat insgesamt einen Durchmesser von 40 cm, was doch recht groß ist. Und deswegen habe ich dazu auch eine Vorlage erstellt. Auch die Vorlage findet ihr wieder unten in der Infobox. Und zwar, die meisten von euch können ja wahrscheinlich nur DIN A4 drucken. Deswegen habe ich den Kreis hier geviertelt. Das Ganze habt ihr dann hier so als Vorlage und könnt ihr euch dann zum Beispiel von Hand ausschneiden. Geht eigentlich ganz gut. Und wenn ihr das dann viermal gemacht habt, kriegt ihr dann viermal diese Viertelkreise. Und die kann man jetzt einfach mit zum Beispiel ein Stück Tesafilm zusammenkleben und hat dann eine sehr schöne Vorlage beziehungsweise eine sehr schöne Schablone, die man jetzt einfach auf seine Graupappe legen kann und das Ganze hier einmal so nachzeichnen kann. Von der Größe her müsst ihr einfach mal gucken, ob ihr ein Stück Karton habt oder findet, das groß genug ist. Ansonsten, falls nicht, dann macht einfach nur einen Halbkreis aus einem Karton und schneidet den dann zweimal aus. Und dann kann man den auch aneinander kleben. Oder wenn ihr überhaupt keine großen Stücke habt, könnt ihr natürlich auch ein Viertel nehmen und das dann insgesamt viermal aus der Graupappe ausschneiden. Das Ganze sieht dann im Endergebnis bei mir hier so aus. Also ein sehr großer Kreis, der kaum in die Kamera passt, wie ihr seht, habe ich den hier einfach mir aus Graupappe ausgeschnitten. Und das war auch eine relativ dicke Graupappe. Es hat ein bisschen gedauert, das Ganze durchzuschneiden. Aber ich habe mich mit dem Cuttermesser einfach ganz vorsichtig entlang vorangearbeitet, vorangetastet. Also ich habe mit einem Cuttermesser immer ganz vorsichtig Stück für Stück immer ein Stück gezogen und dann halt wieder nachgezogen, solange bis ich halt einmal rundherum war bzw. auch wirklich bis zum Boden durchgeschnitten habe. Wie gesagt, ganz wichtig, arbeitet auf einer geeigneten Unterlage an der Stelle, also ein Schneidbrett idealerweise, damit ihr euch nicht den Tisch oder worauf auch immer ihr arbeitet, dass ihr euch das nicht kaputt schneidet. Und wie ihr seht, hier für den mittleren Kreis habe ich mir hier sogar schon eine kleine Polsterung, eine kleine Erhöhung zusammengeschnitten. Und zwar hatte ich einfach Verpackungsmaterial da. Das war wirklich reiner Zufall, war eigentlich überhaupt nicht geplant gewesen. Und ich habe mir das Verpackungsmaterial angeguckt und mir dann gedacht, okay, das ist doch eigentlich jetzt die Gelegenheit, das Ganze zu recyceln und das Ganze jetzt hier zu benutzen. Wenn ich das nämlich hier drunter lege, dann habe ich einen sehr schönen Halt, also das heißt, der mittlere Teil, wo dann auch nochmal Boxen draufkommen, der ist dann nicht so lasch und nicht so, ja, labberig. Aber wenn ihr das jetzt nicht habt, weil ich gehe davon aus, dass die meisten von euch jetzt eher weniger so Verpackungsmaterial zufällig rumfliegen haben, dann bastelt ihr euch jetzt einfach noch ein zusätzliches Gitter. Auch dafür habe ich euch die Maße bzw. die Anleitung in die Infobox in die PDF-Datei gepackt. Ihr schneidet euch einfach Rechtecke auch aus Graupappe aus, schneidet dort an den entsprechenden Stellen halb hohe Schlitze ein in der Dicke, wie auch eure Graupappe oder bzw. eure Pappe dick ist und steckt die dann so ineinander. Dadurch habt ihr dann quasi innen auch noch so eine Art Gitter und das hilft dann auch für die Stabilität am Ende. Das funktioniert dann am Ende auch eigentlich genauso gut wie das hier. Wie gesagt, es war halt Zufall, dass bei mir jetzt gerade Verpackungsmaterial rumflog und ich habe mir gedacht, ja, bevor ich das jetzt einfach nur in den Biss schmeiße, benutze ich das jetzt hier an der Stelle einfach mal für meinen Adventskalender. Aber nichtsdestotrotz sieht das jetzt so natürlich nicht schön aus, sondern wir wollen jetzt natürlich auch noch einen vernünftigen Rahmen hier drumrum uns basteln. Und dafür braucht ihr jetzt einfach ganz normalen Cardstock. Ich habe mich jetzt hier übrigens immer für weißen Cardstock entschieden und möchte hier meine Platte auch gerne weiß auskleiden. Das ist einfach am einfachsten. Normalerweise hätte ich ja gesagt, man kann das auch sehr gut mit Motivpapier bekleben, aber die untere Box oder beziehungsweise der Boden ist natürlich jetzt ziemlich groß. Ein Designpapier mit 40 Zentimeter kenne ich nicht oder beziehungsweise habe ich nicht. Man könnte jetzt an der Stelle natürlich auch Geschenkpapier nehmen, wäre auch eine Idee. Aber das ist mir eigentlich in der Regel zu bunt. Ich werde es jetzt einfach ganz normal in weiß mir gestalten und dementsprechend werde ich auch den Rand jetzt hier von dieser zweiten Ebene mir in weiß gestalten. Dafür schnappe ich mir jetzt hier ein Stück oder zwei Stück weißen Cardstock. Ich habe den jetzt aus DIN A4 ausgeschnitten. Wenn ihr jetzt DIN A3 Cardstock habt, könntet ihr das natürlich auch aus einem Guss aus einem Stück ausstanzen. Der Cardstock Streifen wird jetzt zweimal gefalzt. Und zwar legt ihr es euch hier bei drei Zentimeter von rechts gemessen an. Zieht dann da schon mal die erste Falzlinie und macht das Ganze von der anderen Seite auch. Also hier auch einmal drei Zentimeter abmessen und dann solltet ihr in der Mitte nämlich fünf Zentimeter übrig haben. So, die Falzlinien, die knicke ich mir jetzt einmal um. Und das ist jetzt hier auch schon mal der Abstand. Jetzt müssen wir das Ganze ja eigentlich nur noch wiegen oder beziehungsweise gebogen kriegen. Und ich mache das Ganze jetzt so. Ich nehme mir jetzt einfach eine Schere und schneide jetzt in regelmäßigen Abständen mir hier einfach nur so Schlitze rein. Und zwar genau bis zu die dieser Falzlinie. Ich finde, man muss das jetzt nicht zwingend abmessen. Ihr könntet natürlich euch auch so kleine Vs reinschneiden. Aber meiner Meinung nach ist das viel zu aufwendig. Also ich finde das leichter, einfach hier solche Schlitze reinzuschneiden. Und ich mache das ungefähr einem Abstand von einem guten Zentimeter, sage ich mal. Je feingliedriger ihr das macht, also das heißt, je enger eure Abstände sind, desto runder wird das Ergebnis, wenn ihr das Ganze dann so biegt. Und je größer euer Abstand ist, ich denke, man kann das schon ein bisschen erkennen, desto eckiger oder kantiger wird dann quasi eure Rundung. Also da müsst ihr einfach für euch überlegen, einen guten Kompromiss zu finden, ohne dass das jetzt in totale Wahnsinnsarbeit ausufert, womit ihr eben zufrieden seid. Und das Ganze mache ich dann auch nochmal auf der anderen Seite. Und hier an der letzten Falz, da schneide ich einfach nur die letzte Lasche einmal weg. Und das Ganze wiederhole ich jetzt hier auch mit dem kürzeren Stück nochmal. Also das heißt, ich schneide mir jetzt hier einfach, schneide ich mir hier dieses Stück hier ab. Und ansonsten franse ich auch hier einfach alle Zentimeter, schneide ich mir hier so eine kleine Kante rein. Dann nehme ich mir jetzt noch doppelseitiges Klebeband und klebe jetzt diese beiden Einzelteile einfach schon mal aneinander. Also einfach diese Klebelasche hier kommt an das linke Ende von dem kleineren Stück. Und das andere, das hier, das wird dann wiederum die Klebelasche, wo später dann hier der Kreis zugeklebt wird. Das klebe ich jetzt aber erstmal noch nicht zu. Und dann habe ich noch ein bisschen Spielraum, falls ich mich dann doch vermessen habe. Und dann müssen wir jetzt diese ganzen Einzelteile, diese ganzen einzelnen Klappelemente jetzt hier an der Graupappe festkleben. Ich wollte das jetzt ursprünglich, wie ihr vielleicht schon ein bisschen erkennen könnt, ich wollte das ursprünglich jetzt mit Flüssigkleber machen. Das Problem mit Flüssigkleber ist, dass es einfach zu lange nass bleibt. Also das heißt, ihr habt dann das Problem, sobald ihr dann in die Biegung kommt, dass sich das dann verschiebt und verrutscht. Und ja, ich arbeite einfach grundsätzlich nicht so gerne mit Flüssigkleber. Deswegen habe ich mich jetzt dafür doch entschieden, doppelseitiges Klebeband zu nehmen. Auch wenn das jetzt ein bisschen aufwendiger ist, aber das ist mir jetzt egal. Doppelseitiges Klebeband hat jetzt an der Stelle den Vorteil, wenn es einmal draufgeklebt ist, dann hält das in der Regel auch. Und dafür gehe ich jetzt hier einmal rundherum und bringe jetzt einmal überall auf diesen ganzen Klappelementen, Klebelaschen, wie auch immer ihr das nennen möchtet, dort bringe ich jetzt hier einfach mal ein Stück doppelseitiges Klebeband an. So, und jetzt kann ich nämlich hergehen und nach und nach mir diese Klappelemente jetzt an meiner Graupappe draufkleben. Also das heißt, ich fange einfach irgendwo in der Mitte an, klebe mir hier das Ganze fest. Wie gesagt, natürlich, wenn ihr das möchtet, könntet ihr an der Stelle auch Flüssigkleber benutzen oder ein Prittstift oder irgendwie sowas. Aber ich bin einfach ein doppelseitiges Klebebandkind. Ich weiß auch nicht, irgendwie gefällt mir dieser Klebstoff am besten. Und wie ihr seht, ich rotiere auch hier immer mit. Also das heißt, je weiter ich dann nach links oder beziehungsweise nach rechts wandere, biegt sich dann auch hier mein Abstandshalter mit, sodass sich hier diese Klebelaschen eben leicht überdecken jeweils. Und ich muss sagen, doppelseitiges Klebeband an der Stelle zu verwenden, war definitiv die richtige Entscheidung. Es ist einfach so viel angenehmer jetzt, weil ich einfach direkt loskleben kann, ohne darauf warten zu müssen, dass der Kleber trocknet, der Flüssigkleber, beziehungsweise, ja, es verrutscht nichts. Es ist einfach, es hält, wie ihr seht, es hält einfach. So sieht das dann einmal rumgeklebt aus. Und dann habe ich jetzt gerade festgestellt, dass ich ja eigentlich zwei von diesen längeren Streifen brauche. Deswegen schneide ich mir jetzt hier nochmal einen zweiten von diesen Streifen aus und der kommt dann hier auch noch einmal am Rand entlang. Also das heißt, hier ist nochmal ein DIN A4 Streifen mit der Breite von 11 cm, so wie wir das vorhin auch gemacht haben. Und ihr seht, der kommt jetzt einfach hier noch hin. Den hatte ich quasi vergessen. Also das heißt, ich kann hier jetzt quasi an dieser Klebelasche, wo ich das ja zum Glück vorhin noch nicht zusammengeklebt habe, da kann ich jetzt hier diesen Streifen dran kleben und kann dann hier auch einfach direkt damit weitermachen, mir hier diese Klappelemente dran zu kleben und mich hier einfach voranzuarbeiten, bis ich dann am Ende ankomme. So, wie ihr seht, bin ich jetzt hier am Ende angekommen, habe hier sozusagen noch einen kleinen Überhang. Den schneide ich mir jetzt einfach weg. Ich dachte zwar eigentlich, ich hätte es mir ausgemessen exakt, aber ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich mich irgendwo vermessen. Macht nichts. Also ich schneide mir das Ganze hier einfach ab, sodass wir hier trotzdem noch einen kleinen Überhang haben. Hier kann ich jetzt vorsichtig nochmal einen Streifen Klebeband im Inneren anbringen, sodass ich die beiden Teile dann hier einfach nur zusammenkleben kann. und dieses letzte Klappelement, das klebe ich mir hier auch einfach nur einfach drüber. Ja, und somit haben wir schon mal die obere Box. Und ja, wie ihr seht, hier unten ist das Ganze jetzt noch offen. Also diese Klebelaschen, die werden jetzt hier direkt auf die Basis draufgeklebt. Im Inneren tut ihr jetzt noch euer Gittermuster rein, eure Verstärkung, damit es auch wirklich gut hält, weil wenn ihr jetzt einfach nur diesen Cutstock habt, der ist dann doch recht flimsy. Und wenn ihr quasi dann von oben hier Druck ausübt, hält das nicht so gut. Insbesondere, wenn ihr noch ein bisschen was in die Boxen reinfüllt. Deswegen würde ich euch ganz dringend empfehlen, euch hier einfach eine kleine Verstärkung zu bauen. Wie gesagt, die ganzen Maße und die Anleitung findet ihr in der Infobox in der PDF-Anleitung aufgeführt. Ansonsten werde ich jetzt hier mein Verpackungsmaterial vorsichtig reinlegen, reinklemmen. Das Ganze wird jetzt von außen hier zugeklappt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch jetzt natürlich hier nochmal einen Deckel draufkleben. Aber ich bin jetzt einfach zu faul, mir das Ganze jetzt nochmal aus Graupappe auszuschneiden. Deswegen werde ich das nachher einfach direkt einfach so auf meine große Basis draufkleben. Und wie gesagt, dadurch, dass ihr dann hier drunter auch die Verstärkung habt, ist das Ganze auch wirklich richtig schön stabil, wenn hier Druck draufkommt. Und ja, ihr habt einfach eine richtig coole zweischichtige Torte sozusagen. Aber bevor wir das Ganze jetzt hier auf der Unterseite draufkleben, möchte ich jetzt noch die Graupappe von der Basis verdecken. Weil das sieht jetzt natürlich nicht so schön aus, wenn das hier so grau und plan aussieht. Zum Abdecken benutze ich jetzt hier dickeren Cardstock. Ich benutze jetzt deswegen kein Druckerpapier, weil Druckerpapier oft ein bisschen, ja, ich sag mal so semi-transparent ist. Und dann scheint die Graupappe noch so ein bisschen durch. Fände ich einfach jetzt persönlich nicht so hübsch. Deswegen habe ich mich jetzt hier für dickeren Cardstock entschieden. Aber wie ihr möchtet. Und ich habe ja auch schon eingangs erwähnt, dass das doch eine recht große Fläche ist. Deswegen, ja, falls ihr großes Papier habt, ist das natürlich vielleicht ein bisschen einfacher. Ich habe jetzt hier DIN-A4-Papier benutzt. Deswegen muss ich mich jetzt insgesamt von vier, deswegen brauche ich jetzt auch insgesamt vier DIN-A4-Blätter, um eben das Ganze hier abdecken zu können. Ich messe mir jetzt hier einmal die Mitte ab. Also das heißt, ich gehe einmal rundherum und gucke, wo hier die 20 Zentimeter in der Mitte sind. Und dort, wo sich alles trifft, dort ist dann die Mitte. Und das benutze ich jetzt hier als kleine Hilfslinie, um eben meinen Cardstock festzukleben. Nämlich einmal in jeder Ecke hier oben. Wie so ein Viertel. Ich klebe das quasi hier einfach direkt Kante an Kante nebeneinander und bekomme dann damit auch relativ saubere Kanten. Wenn man das Ganze jetzt überlappen würde, könnte man natürlich auch machen. Aber dann habt ihr da quasi so eine Kante drin. Die möchte ich jetzt nicht haben. Deswegen klebe ich das jetzt hier wirklich exakt einfach Kante an Kante. Und zwar so, dass sich dann alle vier Ecken hier am Mittelpunkt treffen. Das mache ich jetzt hier auch einfach mit doppelseitigem Klebeband. Wie gesagt, ich bin ein doppelseitiges Klebebandkind. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie arbeite ich einfach mit dem Kleber am liebsten. Und es geht ja auch einfach nur darum, dass es einmal grob hält. Also man muss es jetzt nicht überall so exakt genau festkleben. Es geht einfach nur darum, dass es einmal hält. Und ich versuche beim Zusammenkleben einfach nur drauf zu achten, hier diese Kanten wirklich sehr schön aneinander zu drücken. Und man erkennt jetzt im Video nicht viel, falls es relativ groß ist. Aber so sieht das jetzt auf jeden Fall von vorne beziehungsweise so von hinten aus. Und das Ganze muss jetzt hier einfach nur umgeschlagen werden. Und dafür machen wir jetzt dasselbe, was wir vorhin auch schon gemacht haben. Nämlich wir schneiden uns jetzt hier so strahlenförmig einfach solche Fransen weg. Wenn es euch leichter fällt, könnt ihr hier auch ein Stück abschneiden. Oder ihr lasst das so lang, wie es euch einfach am besten passt. Und natürlich, wenn es ein bisschen schneller gehen soll, könntet ihr an der Stelle auch einfach ein Cuttingmesser benutzen. Wie gesagt, nur da ein bisschen drauf aufpassen, dass ihr euch damit nicht schneidet, beziehungsweise dass ihr auf einer geeigneten Unterlage arbeitet. So, und jetzt kann ich hergehen und kann diese Ecken hier einfach umschlagen und dann mit dem doppelseitigen Klebeband zum Beispiel hier einfach nur festkleben. Und damit wäre jetzt endlich auch soweit der Rücken fertig, beziehungsweise das Ganze beklebt. Man sieht jetzt hier immer noch ein bisschen die Streifen, aber so schlimm ist das meiner Meinung nach nicht. Wenn es euch jetzt stört, könntet ihr natürlich das Ganze auch einfach überlappend draufkleben. Aber da kommen ja sowieso noch die Häuschen drauf. Und ja, dann hoffe ich einfach mal, dass man das dann am Endergebnis gar nicht mehr so sehr sieht. Ansonsten, der Rücken oder beziehungsweise die Rückseite, die werde ich jetzt einfach so lassen. Ich denke, das ist nicht schlimm. Das Ganze wird ja sowieso hier so draufstehen. Und ja, wer guckt sich schon den Rücken an? Also da müsste ja schon jemand gezielt das Ganze hochheben. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich das Ganze nicht nochmal zusätzlich abdecken muss. Das spart dann mir auch nochmal ein bisschen Arbeit an der Stelle. Und ansonsten kommt einfach dieses Teil, was wir uns jetzt vorhin gebastelt haben, einfach drüber und wird jetzt hier nochmal an die Mitte geklebt. Wie gesagt, je nachdem, wie es euch leichter fällt, könnt ihr jetzt an der Stelle auch nochmal euch einen Deckel draufkleben. Ich werde jetzt hier einfach doppelseitiges Klebeband hier so grob drüber kleben. Am Rand. Ich schummele sozusagen ein bisschen damit, aber das macht ja nichts. Und dann muss ich jetzt natürlich noch gut hoffen, dass ich hier die Mitte erwische und das wird dann hier einfach drüber geklebt. So, ich hoffe, ich habe in etwa die Mitte erwischt. Und damit haben wir jetzt unsere coole zweistöckige Torte sozusagen, wo wir jetzt unsere Häuser drauf platzieren können, beziehungsweise unsere Deko. Und die Häuschen, die möchten wir jetzt hier natürlich auf unserer Torte richtig platzieren. Und dafür habe ich auch wieder Schablonen vorbereitet. Ich habe das jetzt in der PDF-Vorlage für euch kombiniert. Das heißt, ihr habt bei diesen großen Schablonen, die ihr sowohl für die innere Torte oder den inneren Kreis gebraucht habt, als auch den äußeren Kreis, habe ich euch diese Markierungen hier schon mit beigefügt. Also das heißt, ihr könnt die Schablonen dann direkt in der Form weiterverwenden. Beziehungsweise hier bei dem großen Kreis habe ich auch nochmal eine innere graue Linie gemacht. Da würde ich euch empfehlen, dann die Schablone an der grauen Linie nochmal auszuschneiden. Dann fällt es euch hier einfach leichter, dieses Außenteil anzulegen, weil ihr könnt das dann nämlich hier direkt an die Kante anlegen, beziehungsweise so leicht drunter schieben. Und dann fällt euch das von der Platzierung her etwas leichter. Ihr seht, ich habe hier schon die Markierungen gemacht. Die Markierungen entlang dieser grauen Linie, also das heißt genau zwischen diesen beiden Punkten oder beziehungsweise den Xen, die ich hier gemacht habe, das ist genau einmal diese Hausbreite, die Hausfront. Und genau dort werden die Häuser jetzt platziert. Und zwar abwechselnd ein quadratisches, dann wieder ein längliches und dann wieder ein quadratisches und so weiter. Die innere Kreisschablone, die könnt ihr jetzt einfach doppelt aneinanderlegen. Also hier ist quasi das Haus genau mittig drauf. Bei der großen Schablone, da endet die Markierung einmal hier oben und hier unten geht sie dann mittig raus. Oder ja, wie sagt man das? Ihr wisst schon, wie ich meine. Dort ist sie denn mittig. Deswegen müsst ihr dann entweder das Ganze zweimal ausschneiden oder ihr dreht die Schablone einfach rum. Und wenn ihr jetzt dünneres Druckerpapier benutzt habt, ich glaube, man kann es jetzt im Video schlecht erkennen, aber dann könntet ihr euch quasi einfach diese Markierungen hier einmal abpausen, dort wo ihr sie seht. Wie gesagt, ich glaube, man kann es jetzt im Video kaum erkennen, aber ich kann ganz gut durch die Schablone durchgucken und dann muss ich es mir jetzt nicht zwangsweise zweimal ausschneiden. Sondern ich mache mir einfach nur eine Markierung dort, wo ich die Schablone dann anlege, wo sie quasi aufhört. Aber das zeige ich euch gleich noch. Und dann kann ich sie einfach umdrehen und dann dort wieder weiter anlegen. Jetzt müssen wir aber trotzdem noch einen Weg finden, wie wir diese Markierungen hier sinnvoll auf unserer Torte aufbringen können. Weil so sind sie jetzt ja irgendwie mittendrin. Und ja, ich könnte zwar irgendwie so die Markierungen machen, das ist aber, also indem ich die Schablone kurz beiseite schiebe, ist aber nicht besonders sauber. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann. Entweder man knickt es, also das heißt, ihr faltet genau dort, wo diese graue Linie ist, faltet ihr einmal. Also quasi immer, immer hier von Eckpunkt zu Eckpunkt. Dasselbe machen wir jetzt hier auch. Auch wieder hier von Eckpunkt zu Eckpunkt falten. und dann fügt ihr oder fahrt ihr mit dem Rest auch noch fort. Oder wenn ihr möchtet, könnt ihr auch einfach eine Schere nehmen und dann hier an den Kanten entlang schneiden. Das Ganze sieht dann so aus. Also das heißt, wir haben hier ein gerades Stück, dann kommt wieder eine Originalrundung, dann kommt wieder ein gerades Stück. Also wenn ich das jetzt hier an die Vorlage halte, könnt ihr das, auch wenn es jetzt Ton auf Ton ist, weiß auf weiß, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Denn Hauptsache, wir haben hier einen geraden Strich und wir können hier unsere Markierungen erkennen. Ob wir jetzt dieses kleine Stück hier am Rand, ob das ein bisschen krumm ist oder schief, das macht überhaupt nichts. Wichtig ist einfach nur, dass wir an diese Markierungen kommen. Dann nehmen wir jetzt unsere Schablone. Also entweder, wenn ihr es jetzt zu einem Kreis zusammengefügt habt, könnt ihr natürlich den Kreis machen. Ich hätte jetzt hier einfach diese Schablone zweimal anlegen und dann funktioniert das auch. Das heißt, ich lege sie mir so auf, dass die Schablone hier bis zum Rand jeweils geht. Dann mache ich mir noch kurze kleine Markierungen, wo ich die Schablone angelegt habe. Das müsst ihr jetzt, wenn ihr jetzt eine komplette Kreis-Schablone habt, müsst ihr das nicht machen. Aber weil ich sie ja nochmal ansetzen will, mache ich mir jetzt hier nochmal kleine Markierungen. Und dann kann ich jetzt schließlich hergehen und diese Markierungen hier übertragen. Das heißt, ich mache mir hier im Prinzip einfach nur kleine Bleistiftpunkte hin. Ihr könnt natürlich auch größere Markierungen machen, aber ihr müsst bedenken, dass man diese Markierungen eventuell sonst sieht. Deswegen macht hier wirklich eher kleinere Markierungen, so kleinere Punkte hin. Ich weiß, es ist jetzt in der Kamera etwas schwer zu erkennen, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das Ganze meine. Dann kann ich jetzt hier meine Schablone umdrehen, wieder an meinen Markierungen, die ich vorhin gemacht habe, anlegen und kann dann auch hier wieder an den jeweiligen Stellen hier so einen kleinen Punkt als Markierung hinmachen. und das sind dann nämlich jetzt genau die Eckpunkte, wo unsere Häuser dann stehen sollen. Und vielleicht seht ihr schon, ich habe hier auch andere Markierungen gemacht. Bei mir ist das auch schon ein bisschen abgerissen, weil ich nämlich eigentlich die Häuser mit Klett festkleben wollte, sodass man sie auch wieder abnehmen kann. Ich habe dann aber festgestellt, mir hat das einfach nicht gefallen. Die Klettpunkte haben nicht vernünftig gehalten. Das Ganze hat mir viel zu sehr gewackelt. Deswegen habe ich mich jetzt doch dazu entschieden, diese Häuser hier einfach fest auf meine Unterlage aufzukleben. Und auf jeden Fall, hier haben wir jetzt zum Beispiel zwei solcher Punkte. Genau über diese Punkte wird jetzt hier an der Ecke das Haus festgeklebt. Und ich werde es jetzt auch so machen, dass ich diese Häuser zusätzlich zu den Markierungen auch nochmal ein kleines Stück mehr an den Rand schiebe, sodass man die Markierungen auch wirklich nicht mehr sehen kann, sodass ich die dann auch nicht mehr umständlich wegradieren muss. Und dasselbe mache ich jetzt hier mit der Außenschablone auch nochmal. Also das heißt, ich schnappe mir jetzt hier meine Schere. Schneide jetzt hier einfach von Punkt zu Punkt entlang dieser grauen Linie. Hier würde ich euch jetzt empfehlen, nicht einfach stupide weiterzuschneiden, sondern diesen Teil hier auszusparen, weil dann könnt ihr das nämlich hernehmen als Richtlinie, wo hier euer Kreis endet, dass ihr den auch wirklich bis zum Rand euch anlegen könnt. Ansonsten habt ihr keine vernünftige Orientierung. Also da einfach drauf achten, dass ihr da noch ein Stück übrig lasst. Ansonsten, das gerade Stück ist ja wirklich nur von Punkt zu Punkt. Über den Punkt könnt ihr ja ein kleines Stück hinausschneiden. Wichtig ist nur, dass das hier in der Mitte, da wo die graue Linie ist, dass das gerade ist oder beziehungsweise, dass ihr halt hier an diese Punkte rankommt. Also theoretisch könntet ihr auch einfach hier nur ein V ausschneiden und dann könntet ihr euch da die Markierung auch machen. Ich persönlich finde es aber ein bisschen leichter, wenn man hier wirklich reingucken kann, sozusagen, wo da der Eckpunkt liegt. Das heißt, so sieht das jetzt bei mir aus und auch das lege ich mir jetzt hier unten einmal an und zwar so, dass diese Außenteile, die wir ja hier jetzt noch übrig gelassen haben oder wenn ihr jetzt nur ein V ausgeschnitten hättet, hättet ihr jetzt natürlich noch ein bisschen mehr übrig, womit ihr das vergleichen könnt. Das richten wir jetzt einfach nur so aus, dass das hier wirklich bis zum Rand zeigt, so wie wir das ja bei der oberen Schablone auch gemacht haben und dann können wir jetzt hier unsere Markierungen setzen. Das einzigste, worauf man vielleicht auch noch zusätzlich achten kann, ist der Vergleich, die Ausrichtung von den Punkten hier oben beziehungsweise ich kann ja hier an den Markierungen, die ich mir hier vorhin gemacht habe, kann ich ja nochmal nachkonstruieren, wo ich mir quasi die obere Schablone angelegt habe und in genau dieser Verlängerung, dort legt ihr auch hier die Schablone hier unten an, sodass das dann hier in der Verlängerung einfach gerade nach unten zeigt. Dann würde es jetzt nämlich genau mit dem Lageplan in der PDF-Anleitung übereinstimmen. Also ich mache mir jetzt auch hier wieder kleine Markierungen hier hin, damit ich weiß, wo ich die Schablone angelegt habe und dann mache ich mir jetzt hier meine Punkte. Dann kann ich jetzt hergehen, in meinem Fall, wenn ihr einen Halbkreis habt, dann nehmt ihr einfach den Halbkreis und schiebt ihn einmal weiter. Ansonsten in meinem Fall drehe ich das Ganze jetzt hier so rum. Ich habe mir ja hier auch schon die Markierungen vorhin gemacht gehabt. Dann lege ich das Ganze hier an der Markierung, die ich mir gerade gemacht habe, lege ich mir das wieder hin, schaue, dass der Rand hier wieder übereinstimmt, dass die Schablone bis zum Rand geht überall und dann kann ich jetzt mit meinen Markierungen fortfahren. Ich habe mir dann auch, ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen, hier ganz klein mit dem Bleistift auch direkt die Zahlen hingeschrieben, dass ich nicht durcheinander kommen kann, wo ich welche Zahl platzieren will. Und ansonsten kann ich jetzt loslegen. Ich habe jetzt bei den ganzen Boxen mir hier links und rechts nochmal doppelseitiges Klebeband an den langen Kanten dran gemacht und die werde ich jetzt nach und nach hier auf die Torte aufkleben. Kleiner Tipp noch, ich würde euch empfehlen, fangt mit den länglichen Boxen an. Also das heißt, klebt immer längliche Box an längliche Box und erst danach die quadratische. Denn wenn ihr einen Fehler gemacht habt, also so in Anführungszeichen Fehler, es passieren ja durchaus mal kleinere Ungenauigkeiten, die Boxen sind nämlich doch hier immer ganz knapp Kante bei Kante und ihr habt dann quasi nochmal so ein bisschen Notfallspielraum, wenn ihr das Ganze jetzt hier recht eng aneinander geklebt habt, dass ihr die äußere Box nämlich nochmal ein bisschen mehr nach außen schieben könntet. Deswegen klebt nicht sofort die quadratische Box an die längliche Box, weil wenn ihr sonst kleinere Fehler macht und der sich immer fortführt und fortrippelt, kann es euch passieren, dass ansonsten ihr die letzte quadratische Box nicht mehr hier vernünftig reinkriegt und die würde sonst zu weit am Rand rausstehen. Ihr habt ja einen kleinen Spielraum, also die Markierungen, die gehen ja nicht komplett bis zum Rand. Das heißt, ihr habt da durchaus nochmal etwas Spielraum, um die Boxen nochmal ein Stück weiter Richtung Rand zu schieben, falls es euch ansonsten zu eng wird. Ja, und ansonsten geht es jetzt los mit dem Kleben. So sieht das Ganze jetzt schon mal festgeklebt von der unteren Ebene aus. Also wie gesagt, achtet einfach nur drauf, dass ihr zuerst die länglichen Häuser anklebt und erst danach die quadratischen, weil die wirklich hier Kante an Kante sind. Dann habt ihr einfach nochmal ein bisschen mehr Freiraum, die zu platzieren. Und bei den länglichen Häusern, ich habe jetzt hinten keine Markierungen gemacht. Das heißt theoretisch, ich habe die hier vorne einfach nur an der Kante angesetzt und dann strahlenmäßig Richtung Innen mit Augenmaß angeklebt. Ihr könntet jetzt natürlich euch auch noch irgendwelche Markierungen ausmessen. Ich finde, so hat es auch ganz gut funktioniert. Aber achtet einfach nur drauf, dass ihr es nicht komplett schief daneben klebt, sondern versucht wirklich, das vorne auf die Punkte aufzulegen. Und theoretisch, wenn ihr es genau aufgelegt habt, habt ihr ja schon die ungefähre Richtung, wie das Ganze sein soll. Bei mir sieht man jetzt zum Beispiel auch, dass sich das Ganze, also den inneren Teil, nicht komplett mittig aufgeklebt hat, weil nämlich das Haus hier wesentlich weiter dran gedrückt sitzt, als die Häuser hier rechts. Aber so schlimm ist es auch nicht. Wenn das Ganze dann befüllt ist, sieht man es gar nicht mehr so arg. Und dann sind jetzt hier die Häuser noch in der Mitte dran. Und auch da würde ich euch raten, wieder so vorzugehen, erst mit den länglichen Häusern anzufangen. Die, ja, legt ihr hier quasi so dreiecksförmig an und dann die quadratischen Häuser an die entsprechenden Stellen zu setzen. Ja, und fertig ist das zusammengeklebte Adventskalender-Städtchen. Noch nicht komplett, aber wir haben jetzt zumindest schon mal die Häuser draufgeklebt. Also so sieht es doch, finde ich, schon mal ganz cool nach einem Adventskalender aus. Ist jetzt ziemlich groß, um es jetzt hier in die Kamera zu halten. Aber man hat schon einen ganz guten ersten Einblick. Und durch die Klammern hier kommt man auch relativ leicht dran. Also man kann das hier einfach öffnen, seinen Inhalt reintun oder beziehungsweise rausholen und das Ganze dann hier wieder mit den Klammern verschließen. Ich habe mir jetzt aber trotzdem noch eine Kleinigkeit überlegt an Deko, die ich noch zusätzlich hier anbringen möchte. Und zwar sind das hier solche kleinen Bäumchen. Hab mir gedacht, das passt ganz gut. Wir haben hier noch so kleinere Lücken hier und da. In der Mitte zum Beispiel haben wir eine Lücke. Hier haben wir ganz schöne Lücken. Und auch hier hinten zum Beispiel. Und da habe ich mir überlegt, dass ich mir hier noch diese kleinen dreieckigen Bäumchen basteln möchte. Und da wollte ich euch jetzt auch einfach mal zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe. Und zwar habe ich mir gedacht, möchte ich gerne diese Bäumchen hier noch basteln. Diese Bäume bestehen aus drei Seiten sozusagen. Also von unten betrachtet sind das so Dreiecke beziehungsweise haben halt drei kleine Füßchen. Ihr könnt es gerne auch viermal aufeinander kleben, dann stehen die noch ein bisschen besser. Bei mir ist das jetzt relativ wackelig. Also man kann sie zwar schon hinstellen, aber ihr seht, das fällt schon um. Es ist doch eine kleine wackelige Angelegenheit. Ich werde die jetzt nachher gleich noch festkleben auf der Torte und dann sollte das so auch gehen, hoffentlich. Aber auf jeden Fall möchte ich euch einfach mal zeigen, wie ihr diese kleinen Bäumchen auch nachbasteln könnt. Ich habe in der PDF-Datei euch das Ganze auch als Vorlage zum Ausschneiden und als Schablone benutzen euch in die PDF-Anleitung gepackt. Das heißt, wenn ihr jetzt keinen Plotter habt, dann schneidet ihr das Ganze einfach aus mit einer Schere und benutzt das Ganze als Schablone. Das ist jetzt natürlich doch schon recht aufwendig, wenn ihr diese Masse an Bäumen braucht. Aber wenn ihr jetzt nur einzelne Bäume basteln möchtet für irgendwelche Projekte und das Ganze als Dego benutzen möchtet, dann geht es vielleicht schon eher. Ansonsten, ich habe diese Bäume jetzt hier mit dem Plotter geschnitten und auch die Plotter-Datei habe ich euch unten in die Infobox verlinkt, in die Infobox gepackt. Das heißt, die Plotter-Besitzer unter euch, die haben da einen etwas leichteren Job sozusagen. Ansonsten gibt es jetzt drei verschiedene Größen. Wir haben einmal die ganz kleinen Bäume, die mittelgroßen Bäume und die großen Bäume beziehungsweise das hier, den großen Baum. Davon brauchen wir nur einen. Das wird nämlich der in der Mitte. Und ansonsten habe ich mich einfach für, ihr seht schon drei Größen und drei Farben entschieden. Ihr könnt natürlich auch einfach nur eine Farbe benutzen oder auch nur eine Größe benutzen, wenn ihr möchtet. Aber ich fand es ganz schön, das Ganze ein bisschen besser auf den Kalender noch abzustimmen. Deswegen habe ich insgesamt drei unterschiedliche Größen mir gestaltet. Wir brauchen jetzt, wie ihr euch wahrscheinlich jetzt schon denken könnt, pro Baum dreimal diese Ausstanzungen. Das Ganze wird jetzt einfach nur in der Mitte gefalzt, geknickt und dann einfach aneinander geklebt. Also relativ, einfach relativ easy, relativ selbst erklärend. Und in der PDF-Anleitung steht auch drin, wie oft ihr welche Bäume braucht. Ich habe es jetzt so gestaltet, also ich brauche einmal den großen Baum, sechsmal den mittelgroßen Baum und neunmal den ganz kleinen Baum. Und wie gesagt, da für jedes, also pro Stück, müsst ihr dreimal das Ganze ausstanzen. Das Zusammensetzen ist jetzt relativ selbst erklärend, beziehungsweise ziemlich intuitiv. Ihr legt euch einfach an euer Falzbrett das Ganze hier mittig an. Also das ist dann schon sehr praktisch, wenn man hier links und rechts kleine Maßeinheiten hat, dann kann man das Ganze nämlich hier genau exakt mittig ausrichten. Unten achtet ihr einfach drauf, dass die Spitze auch mittig anliegt. Dann könnt ihr euch hier nämlich bequem eine Falzlinie ziehen. Das macht ihr jetzt hier mit allen drei Elementen. Dann könnt ihr das Ganze umknicken, beziehungsweise die Falz hier nochmal nachfahren jeweils. Und dann werden jetzt jeweils bis zur Mitte einfach die Einzelteile hier so zu einem Dreieck zusammengeklebt. Und ihr könnt jetzt hierfür auch doppelseitiges Klebeband nehmen, aber ich werde jetzt hier für Flüssigkleber nehmen. Dann kann ich einfach besser die Ränder aneinander kleben. Und ihr habt auch noch bei Flüssigkleber den Vorteil, dass das Ganze etwas flexibel bleibt, bis der Kleber wirklich getrocknet ist. Das heißt, falls ihr es hier und da nochmal ein bisschen verschieben müsst, kann man das ganz gut mit dem Flüssigkleber noch machen. Und ansonsten wartet ihr dann einfach, bis der Kleber gut getrocknet ist. Und dann habt ihr auch schon ein Bäumchen. Und wie gesagt, das werde ich jetzt mit den kleinen und mit den mittelgroßen Bäumchen auch nochmal jeweils machen. Und das sind jetzt auch schon die fertigen Bäumchen. Wie gesagt, ich habe einfach drei verschiedene Farben genommen, damit es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Das heißt, ich habe von den kleinen mir insgesamt drei mal drei, also drei plus drei plus drei gemacht. Von den mittelgroßen habe ich mir zwei plus zwei plus zwei gemacht. Und von dem ganz großen Bäumchen nur einen, der dann in die Mitte kommt. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr stellt diese Bäumchen einfach nur an die entsprechenden Stellen rein und hofft darauf, dass sie stehen bleiben. Teilweise funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber natürlich, wenn jemand irgendwie dagegen stößt an den Kalender, dann sind die Bäumchen dann doch recht schnell umgeblasen, umgeworfen. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass ich die Bäumchen hier festkleben werde. Und ich möchte das Ganze jetzt hier mit Glossy Accents machen. Ich werde einfach einen ganz fetten Klecks hier unten in die Mitte drauf geben und auch nochmal so ein bisschen an den Rand. Und dann werde ich die hier vorsichtig auf meiner Basis andrücken. Bisschen besser wird es natürlich mit Heißkleber wahrscheinlich gehen, aber ich habe jetzt keine Lust, meine Heißklebemaschine, Heißklebepistole anzuschmeißen. Deswegen werde ich das jetzt hier mit Glossy Accents machen. Und natürlich vorsichtig in Ruhe den Kleber dann erstmal trocknen lassen zwischendurch. Und das hält mit Glossy Accents eigentlich doch ziemlich gut. Glossy Accents ist ja ein sehr starker Kleber. Es ist jetzt natürlich nicht die größte Auflagefläche, also nicht die größte Klebefläche. Das heißt, wenn man da, ich sage mal, mutwillig dran rumreißt oder vielleicht auch zu ruppig mit dem Adventskalender umgeht, dann kann es natürlich passieren, dass einem so ein kleines Bäumchen abreißt. Wie gesagt, ist einfach ein bisschen eure Entscheidungssache, ob ihr dann nicht vielleicht doch lieber Heißkleber oder vielleicht auch ganz anderen Kleber an der Stelle benutzen möchtet. Oder vielleicht stellt ihr sie auch einfach nur so dekomäßig rein. Auf jeden Fall finde ich, geben diese Bäumchen dem Endergebnis nochmal einen richtig, richtig schönen Touch. Es sieht wirklich sehr schön idyllisch aus, eben wie so ein kleines Städtchen im Wald. Und ja, wenn ihr möchtet, hättet ihr diese Bäume jetzt natürlich auch in weiß machen können. Dann wären das quasi so schneebedeckte Bäume gewesen. Wäre auch sehr schön romantisch gewesen. Aber ich habe mir gedacht, weil ich ja schon die Häuschen in sehr neutralen Farben, also das heißt schwarz-weiß und Kraft-Cutstock, also braun gestaltet habe, wollte ich dem Ganzen einfach noch so einen kleinen Pep Farbe geben. Und deswegen finde ich, haben dann diese grünen Bäume da doch sehr gut dazugepasst. Auch die Form erinnert so ein bisschen an Tannenbäume. Und ja, wie gesagt, mir gefällt das Gesamtergebnis wirklich richtig, richtig, richtig gut. Sieht richtig schön aus. Ist jetzt natürlich auch nicht der unaufwendigste Adventskalender, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wie gesagt, vielleicht, wenn ihr es nachbasteln möchtet und es ist euch zu viel Aufwand, vielleicht seht ihr es ja einfach als December Daily oder im nächsten Jahr nehmt euch einfach genug Zeit dafür, genug Anlauf und dann sollte das schon hinhauen. Auf jeden Fall hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu basteln. Wäre natürlich auch ein super Gruppenprojekt, wie gesagt. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch in der Stelle Spaß gemacht, mir dabei über die Schulter zu gucken, wie dieser Adventskalender entstanden ist. Falls ihr das Ganze nachbasteln möchtet, habe ich euch die PDF- Anleitung und die Plotterdateien unten in der Infobox verlinkt. Ich hoffe, durch meine Erklärungen war das auch ganz gut verständlich, wie sich der Adventskalender zusammensetzt. Und ja, ansonsten werde ich euch auch hier oben in der Infocard, beziehungsweise unten in der Infobox auch meine Playlist verlinken mit vergangenen Adventskalendern, die ich schon gebastelt habe. Weil da sind auch ein paar richtig, richtig coole Adventskalender dabei. Also falls euch dieser hier nicht gefallen hat, vielleicht gefällt euch ein anderer Adventskalender besser. Zum Beispiel das Adventskalenderhäuschen ist auch noch eins meiner Highlights, muss ich sagen. So ein schöner Adventskalender. Ja, aber auf jeden Fall, ihr Lieben, ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch kreativ inspirieren. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer sehr über ein Däumchen nach oben und einen Kommentar freuen. Ihr könnt auch gerne abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ja, ihr Lieben, das war mein Tutorial für heute. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Basteln und beim Kreativsein. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.